Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute zeige ich euch, wie ich eine Kätzchen-Marie-Torte dekoriert habe. Für diese Torte habe ich Schokobiskuit gebacken, Himbeerkreme gemacht, das Video dazu kommt später, Ganache aus Zartbitterschokolade und überzogen habe ich die Torte mit dem Fondant. Alles andere seht ihr im Video. Und jetzt fangen wir an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.